Magisches Fernrohr Fähigkeiten ja in Bohrl ist die übrigens nicht zugelassen steht hier auch gleich das steht da halt immer mit bei wenn das nicht zugelassen ist und natürlich werden hier auch die Dinge wie zum Beispiel hier ausrüsten auch erklärt gut so C-Rox das hat sogar vier bei sage 3 kennt man ja aber 4 ist glaube ich so Seltenheit oder ok next okay also das ist sozusagen eine Verzauberung und eine Kreatur deshalb Verzauberungskreatur unzerstörbar solange deine Hingabe zu Schwarz weniger als 5 beträgt das bedeutet übrigens Hingabe zu Schwarz jede Schwarz in den Manakosten von verbleibenden Karten die du kontrollierst erhöht deine Hingabe zu Schwarz zum 1 ist Iberus keine Kreatur ne das ist eine Verzauberung logischerweise immer wenn eine andere Kreatur die du kontrollierst stirbt kannst du 2 Lebenspunkte bezahlen dann falls du dies tust ziehe eine Karte und für ein beliebiges und Schwarz sowie opfere eine andere Kreatur eine Kreatur deiner Wahl erhält 2-1 bis zum Ende des Zuges ja und unzerstörbar ist er ja auch noch das heißt Effekte die uns zerstören äh die Zerstörung zerstören eine bleibende Karte mit Unzerstörbarkeit nicht und falls sie eine Kreatur ist kann sie nicht durch Schaden zerstört werden ja gut aber wenn sie keine Kreatur ist dann ist sie ja nicht dann ist sie ja wieder was anderes naja gut hier wieder ein paar Karten Tempel der Täuschung Land der Tempel der Täuschung kommt getappt ins Spiel wenn der Tempel der Täuschung ins Spiel kommt wende Hellsicht 1 an und für Tappen erzeuge ein weißes äh ja genau Farben leeren ein blaues oder schwarzes logischerweise hey oh und jetzt siehst du es hier eine sagenhaft selten gut äh blam vernichtender Phras spontan Zauber für drei beliebig und ein schwarz schicke eine Kreatur oder ein Planeswalker deiner Wahl ins Exil schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an du kannst sie auf deinen Friedhof legen du kannst musst aber nicht ne so dann Ikoria wo eine häufige eine häufige wildcard und ein frosten luchs das hier ist luchs ja in nur kälter kolossifizierung für fünf beliebige und drei äh und zwei grüne verzauberung Aura verzaubert eine Kreatur wenn die kolossifizierung ins Spiel kommt tappe die verzauberte Kreatur die verzauberte Kreatur enthält plus 20 plus 20 ja ist heftig Massen aussterben für drei beliebige und eins schwarz eins schwarzes Hexerei bestimme gerade oder ungerade schicke alle Kreaturen deren umgewandelte Mana Kosten dem bestimmten Merkmal entsprechen ins Exil 0 zählt als gerade ich weiß nicht warum das da extra drinnen steht das 0 als gerade zählt das 0 eine gerade Zahl ist sollte eigentlich jedem normalen Mathematiker schon klar sein 0 ist halt eine gerade Zahl aber hey die haben es halt nochmal hingeschrieben so Lava Grund Glücksritterin für zwei beliebige und ein weiß Kreatur Mensch Soldat sowie die Lava Grund Glücksritterin ins Spiel kommt bestimme gerade oder ungerade 0 zählt als gerade die Lava Grund Glücksritterin hat Schütz vor allen umgewandelten Mana Kosten des bestimmten Merkmals äh ja gut dann Hauptset 2021 uhu ein Fachhund Frosthauch gut und wir haben Gatrak 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 Geisel der Gekrönten für zwei beliebige und ein rotes legendäre Kreatur Drache fliegend Gatrak Geisel der Gekrönten kann nicht angreifen es sei denn du kontrollierst vier oder mehr Artefakte da muss man ja Artefakte zusammenbauen Zu Beginn deines Endsegments erzeugst du für jede Nichtspielstein Kreatur die du die in diesem Spiel gestorben ist ein Schatzspielstein Schatzspielstein das ist daher Spielstein Artefakt Schatz Opfere dieses Artefakt Erzeuge ein Mann einer beliebigen Farbe so und tappen ja gut nächstes hohohohohoho was haben wir hier erhabenes Scheinbild vier beliebige Artefakt Kreatur Golem wenn das erhabene Steinbild ne Scheinbild ins Spiel kommt kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen sie getappt ins Spiel bringen und dann deine Bibliothek mischen wenn das erhabene Scheinbild stirbt kannst du eine Karte ziehen ja auch gut ich glaub das die Karte ist vor allem dafür da äh die Standardlandkarte zu bekommen sterben wird die wahrscheinlich durch 2-2-E jetzt ziemlich schnell da haben wir die Wildcard ja geisterhafter Dieb ein beliebig ein blau Kreatur Geisträuber immer wenn der geisterhafte Dieb enttappt wird kannst du 2 beliebig bezahlen falls du dies tust ziehe eine Karte immer wenn ein Gegner ein Zauberspruch von irgendwo äh irgendwo her außer von seiner Hand wirkt ziehe eine Karte wirf eine Karte ab der geisterhafte Dieb kann in diesem Zug nicht geblockt werden ok dann kommen jetzt die Karten von Sendikas Erneuerung so Ura Ura hohe Priester der Himmelsfestung zwei beliebig ein weiß ein schwarz legendäre Kreatur Chor Kleriker Lebensverknüpfung immer wenn Ura hohe Priester der Himmelsfestung oder ein anderer Kleriker den du kontrollierst stirbst stirb bringe eine Kleriker Marke für deiner Wahl mit niedrigen umgewandelten Manerkosten aus seinem Friedhof ins Spiel zurück Ura 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 ja manche Karten sind schon heftig sich darum irgendwo was zu bauen mal gucken ich bin noch nicht so der Experte im Deck bauen muss ich dazu sagen aber das kriegen wir irgendwie auch noch hin Linvala Schilde von äh Schild von Seetor ein beliebiges ein weiß als blau legendäre Kreatur Engel Zauberer fliegend und wieder viel Text zu Beginn des Kampfes in deinem Zug und falls du eine vollständige Abenteurer Gruppe hast oh Gott Trupp Abenteuer Gruppe ja fliegend ist klar Trupp deine Gruppe kann je einen Kleriker äh achso ich glaube das kommt noch später mit dem Trupp mit dem Text äh bestimme eine bleibende ne das ist glaube ich das ne Abenteurer Gruppe meint schon dass da ein Kleriker ein Räubern Krieger und ein Zauberer enthalten ist bestimme eine bleibende Karte deiner Wahl die kein Land ist und die dein Gegner kontrolliert bis zum nächsten Zug kann sie nicht nicht angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden Opfere Linvala bestimme Fluchsicherheit Fluchsicherheit ein Spieler oder eine bleibende Karte mit Fluchsicherheit kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten sein die den Gegner kontrollieren oder Unzerstörbarkeit Unzerstörbar Effekte die zerstören zerstören eine bleibende Karte mit Unzerstörbarkeit nicht und falls sie eine Kreatur ist kann sie nicht durch Schaden zerstört werden Kreaturen die du kontrollierst ja das äh ja gut viel Text gut und soll ich jetzt beide Seiten lesen wir lesen einfach mal beide Seiten Schädeltrümmer Steinfall 2 beliebig 2 rote ne Moment x beliebig 2 rote Hexerei der Schädeltrümmer Steinfall fügt x Schadenspunkte zu deren Aufteilung auf bis zu 2 Kreaturen und oder Planeswalker deiner Wahl du bestimmst falls x gleich 6 oder mehr ist fügt er stattdessen 2 x x Schadenspunkte zu deren Aufteilung du bestimmst und auf der anderen Seite Schädeltrümmerpass ein Land der so wie der Schädeltrümmerpass ins Spiel kommt kannst du 3 Lebenspunkte bezahlen falls du dies nicht tust kommt er getappt ins Spiel und dann für Tappenerzeuger ein Rot ja gut ja ein bisschen schwer schwächeres Gebirge sozusagen ist halt so eine Sache ob du das dann überhaupt noch nutzt also die Schädeltrümmerpassseite ist glaube ich ja nicht so die jetzt ne so dann haben wir noch 4 Kaltheimbooster und schwirps Ani Hornbraue 2 beliebig 1 rot legendäre Kreatur Mensch Berserker Eile Prahlen 1 beliebig du kannst Ani Hornbraues Basisstärke bis zum Ende des Zuges zu 1 plus der höchsten Stärke unter den anderen Karten die du kontrollierst werden lassen ok das ist interessant Troski ne Toski Träger der Geheimnisse 3 beliebig 1 grün legendäre Kreatur Eichhörnchen Unzerstörbar dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden Toski Träger der Geheimnisse greift in jedem Kampf an falls möglich immer wenn eine Kreatur die du kontrollierst einem Spieler Kampfschaden zufügt hier eine Karte so ist es viel besser zu lesen ja als so jo und wieder eine doppelte seite äh kolwuri Göttin der Verbundenheit 2 beliebige 2 grüne legendäre Kreatur Gott solange du 3 oder mehr legendäre Kreaturen kontrollierst erhält kolwuri plus 4 plus 2 und hat Wachsamkeit für ein beliebiges ein grün Kreaturen und Tappen schaue dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an du kannst davon eine legendäre Kreaturen Karte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek oder die Ringhard Fibel für ein beliebiges und ein grünes legendäres Artefakt sowie Ringhard Fibel ins Spiel kommt bestimme ein Kreaturen Typ und für ein Tappen erzeuge grün und verwende dieses Mana nur um ein Kreaturenzauber eines äh des bestimmten Typs oder einen legendären Kreaturenzauber zu wirken ja gut doppelseitige Karten sind irgendwie ich meine die haben zwar auch Vorteile ne das ist quasi du ziehst ein für eine Karte hast dann aber zwei kannst dann aber nur eine wählen aber ich sag mal so Paper Magic also als physische Karte ist es schwierig zu handeln weil wenn du natürlich logischerweise hast ja Schutzfolien also äh also hier Schutzhüllen meine ich und äh dann hast du ja meistens siehst ja meistens nur die eine Seite und dann jedes Mal ist ja für den Gegner auch ein bisschen blöde kannst ja nicht jedes Mal die Rückseite merken musste aber gegeben musste aber hier zwangsweise ja gut wenn du ein Deck zusammenbaust du merkst ja schon noch was auf der Rückseite ist ne aber ist schon doof und das letzte hoffentlich nicht nochmal zwei weil dann ist wieder zu viel zu lesen suche nach Ruhm zwei beliebige und ein weiß verschneite Hexerei ja verschneit ja auch auch so eine Sache immer mit verschneit durchsuche deine Bibliothek nach einer verschneiten bleibenden Karte einer legendären Karte oder eine Sagekarte zeige sie offen vor nimm sie auf deine Bibliothek und mische sie dann deine Bibliothek du erhältst für jedes äh verschneites Mana äh das ausgegeben wurde zu diesem Zauberspruch äh um diesen Zauberspruch zu wirken Einnehmenspunkt dazu zwei beliebig ein weiß gut das war's quasi schon wieder jetzt könnte man natürlich ein Deck bauen ja ich könnte jetzt einfach sagen wir bauen uns ein ein wunderbares Standard Deck die Frage ist nur reichen wir die Karten wahrscheinlich schon wir kriegen glaube ich schon irgendwas günstiges glaube ich auch hin jetzt ist die Frage was was für Farben spielen wir dann am besten hm hm boah Standard halt ne Standard sind logischerweise das hier Thron von Eldraine Terors Jenseits Todes Ikoria Reich des Biomods Hauptsitz 2021 Sendikas Erneuerung und Kaltheim die aktuellen äh ja wann kommt das nächste Ende April kommt äh Strixhaven Akademie der Magen ja äh gut wir machen mal weiter welche Farben nehmen wir denn hm wir könnten ja was schönes in weiß schwarz bauen mal gucken Länder sollte man natürlich mit anzeigen das ist dumm aber nicht nur also achso wenn ich darauf drücke zeigt dann nur die Länder ne man ja aus jedem möglichen äh Design auswählen hier lustig lustig tralalalala Verschneite sind natürlich auch beide ja achso wenn bei den Doppelländern zeigt er natürlich wo weiß und wo schwarze oder schwarz bei ist also es muss nicht das hier sein dass er nur das anzeigt sondern er zeigt dann logischerweise auch das an wo hier zum Beispiel noch blau mit bei ist weil es schwarz bei ist na gut wieder was gelernt äh ich bin kein Profi im Deck bauen das heißt es könnte bei mir jetzt komplett daneben gehen die sag ich schon mal vorweg wir fangen mal irgendwie an die mana base kann man ja nicht nach mana noch suchen ja irgendwie 0 1 2 erstmal nämlich so einen anfang habe aber hier irgendwie so ein paar kreaturen so am anfang geht das und das den haben wir zweimal können wir auch erstmal reinnehmen dann haben wir erstmal so so die das hier ist eine Verzauberung ne aufblitzen wenn das oben der Toten ins Spiel kommt bringe eine Kreaturenkarte das fliegend auf Synergien sind bei mir wahrscheinlich am Anfang jetzt nicht da weil ich einfach irgendwas rein spiele das heißt es wird wahrscheinlich eher chaotisch aussehen das äh steck aber ja das können wir ja noch mit reinnehmen hier habe ich noch eine fliegende komm eine mit erst schlagen ein paar kleine wenigstens so und dann dann war es quasi schon da müssen wir mal nach 2 angucken hier haben wir noch einen Hund vielleicht die Sage noch reinnehmen ohne zu wissen was die macht einfach gar nicht lesen einfach erstmal drücken und dann gucken was das macht auch mal lustig einfach wild rumklicken um zu gucken was man macht der riesen Ochse macht glaube ich nur Sinn wenn man wirklich mit Fahrzeugen spielt ähm naja Vanilla ist halt immer so eine Sache kann ich auch eher das hier spielen statt das zum Beispiel so jetzt mal hier kurz die Basen bisschen in andere Richtung schön so und so und verschneite Dinge vielleicht mal ein bisschen rausgehen das glaube ich jetzt gar nicht so wichtig einfach irgendwas rein spielen erstmal ja ob Sinn ergibt oder nicht ja gut irgendwas ins Exil ist immer gut wenn man schon noch die Sage reinbringen noch das Ding hier reinbringen oh und dennoch das Late Game so du ziehst zwei Karten und jeder Gegner wirft zwei Karten ab jeder Spieler verliert zwei Lebenspunkte ich weiß nicht warum die da was die da bringt hier ist ja nicht viel zur Auswahl ne komm bisschen teure Karten die zieht dann wahrscheinlich eh am Anfang und dann bin ich wieder abge packt des Todes ich sehe es schon so gut das heißt ich sollte hier noch ein paar schwache Karten reinbringen das 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 einfach querbild klicken kennt man ja so bin ich so funktioniert es bei mir übrigens immer ja noch drei und noch eine ähm ich bin mir noch eine verlassene Ödnis so fertig oh äh ich hab noch eins vergessen zwei verlassene Ödnisse ach so weil das Lenden hä aber das ist doch Karten warum ich will das nicht mehr wenn ich eine Ödnis rein spiele habe ich irgendwas hä hä ok jetzt aber neues Deck äh äh random Test Deck ganz ehrlich das ist so random ich glaube das wird nicht funktionieren so wir haben hier irgendein random Test Deck gespielt du hast es geschafft ich bin so stolz auf dich ich hab was ich bin hier wenn du Decks testen willst ja ja aber jetzt musst du gegen andere Spiele antreten wenn du Belohnungen haben willst ja 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 ne ne tschüss du weißt ja wo du mich findest ja ja weg da finde ich dich okay ich spiele jetzt einfach ähm ja ich spiele jetzt einfach mach jetzt kann ich einmal ein Bot Match machen einfach ein Bot Match mit dem Test random random Test Deck einmal nur um zu gucken ob das funktioniert irgendwie Spargy hier oh Gott ich behalte mal mal gucken ein 1-3 Vanilla ja gut ja auch immer solche Karten einbaut ne ich brauche Deck Tutorials Deck Baututorials brauche ich was macht nochmal Umwandlung du kannst die Umwandlung bezahlen um die Karte ab und eine Karte zu ziehen achso oh komm einfach angreifen ich baue einfach irgendeinen Müll habe ich jetzt in weiß schwarz glaube ich zusammengebaut aber ey geil vor allem weil ich einfach ach ich hab ja auch einen Sumpf ja gut sollte vielleicht auch mal einen Sumpf spielen ne sollte vielleicht auch mal einen Sumpf spielen ne auf Ehm, ok Ah, komm Schutz vor geraden umgewandelten Mana-Kosten Ja, gut Einfach angreifen Auch wenn die geblockt wird Ah ja, ok Ich glaube, man kann schon irgendwas mit dem Deck machen Ich sehe jetzt, wo es nicht so richtig Gebalanced Juhu So